Gesundes, bewusstes und nachhaltiges Leben muss nicht immer kompliziert und langweilig sein. Wenn mal was mit deinen Vorsätzen nicht klappt, ist es auch total okay, einfach mal loszulassen, das alles zu akzeptieren und vor allem sich selbst und dieses ganze Thema einfach nicht allzu ernst zu nehmen. Oh Gott, ich kann ja nicht ernst bleiben. Das war ja nützlich. Auf diesem Kanal teile ich mit dir meine ungeschminkte Reise zu einem bewussteren, gesünderen und nachhaltigeren Leben. Hier findest du einfache und gesunde Rezepte, selbstgemachte Beauty-Produkte, Selbstexperimente und wirklich effektive Hacks und Tipps für mehr Gesundheit und Nachhaltigkeit. Und naja, weil es mir auch sehr wichtig ist, immer authentisch zu bleiben, findest du hier auf diesem Kanal auch die ein oder andere Panne, damit du weißt, wie du es besser machen kannst. Ja, der passt niemals hier rein. Der passt niemals hier rein. Ja, tatsächlich, ich dachte mir so, nee. In diesem Sinne, wenn dich auch alles rund um das Thema Gesundheit, fit sein und mit möglichst viel Vitalität leben interessiert, dann freue ich mich sehr über ein Abo von dir, denn genau darum geht es jede Woche Dienstag auf diesem Kanal. Und mein Ziel ist es, dass du aus jedem Video immer etwas für dich selbst mitnehmen kannst. Also dann, bis nächste Woche Dienstag. Pfiatdi! 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 Bis zum nächsten Mal.